Um zu unterstützen, um zu zeigen, dass wir in Europa auch eine gemeinsame Vision haben, dass der Mensch im Mittelpunkt der Politik stehen muss und nicht die Märkte. Dass es darum geht, zusammenzuhalten in der Gesellschaft und dafür das Richtige zu tun. Nicht nur reine austeritätspolitik, sondern investieren an den richtigen Stellen und da verfolgen wir die gleiche Linie. Gelukkig haben wir Deutschland nach uns liegen, wo die maakindustrie noch sehr groß ist, was dus bleibt groeien und wo wir uns ein bisschen an aufbleiben. Aber in Nederland kann das auch. Das war auch inspirierend, weil Hanna-Laure Kraft hat natürlich auch als Sozialdemokratie gewonnen, mit einem Programm, das sehr ähnlich wie das von uns. Das ist eigentlich, sehr Noord-Rhein-Westfalen, das ist doch nicht so groß als Nederland, ist, von der Kraft von diesem Programm. Und dann ist es gut um mit ihr zu sprechen über was die essentie davon ist, was sie mit Noord-Rhein-Westfalen will und auch was sie mit Nederland will, denn sie sieht die Zusammenarbeit sehr gut auszitten, und ich auch. Und auf diese Weise maakst du wir uns stärker. Und dann lassen wir als Sozialdemokraten sehen, dass wir nicht allein stehen, dass wir bondgenoten haben, überall in Europa, die zusammen Europa wieder aus dieser Krise willen helfen, auf die gleiche Weise. Applaus 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 Applaus